Dass ich den jetzt eigentlich ohne Tribute beschwören kann. Ja! Liebe Freunde, wir sind beim finalen Gegner vom dritten Turm angelangt, bei Vektor. Ich habe mich entschieden, Sternzeichen zu sehen, weil ich so ein bisschen Angst habe, sag ich jetzt mal, dass der... Was soll ich sagen? Ja, halt so... Was soll ich sagen? Ja, dass der halt so Dingens macht, so halt voll die starken Exit-Scheisse und so. Ich weiss gar nicht, wie hat das Text schon wieder geheissen? Horror irgendwas? Keine Ahnung. Jedenfalls, damit ich ihm die Scheisse wieder auf die Hand zurückgeben kann. Mehr oder weniger. Ja, jetzt will ich auch geile Starter, oder? Ja, ja, Safe Zone. Nützt mir einen Scheiß. Mann! Ja, genau, was soll ich dagegen machen? Das Problem ist, dass es dann nicht durch Karten-Effekte zerstört werden kann. Wer da als Ziel für Karten-Effekte in deinem Gegner ist, gewähren noch von diesem zerstörter Durchkampf zerstört werden. Ja, dann macht er das. Das steht, wird öfter, wird der Friede, Friede, Kastein, Erz, Wettel, 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 Wettel. Weil, weißt du, das ist es so, der Computer, das Spielsatz hat in der Hand, was du ziehst. Und ich ziehe einfach kein Monster. Und er hat jetzt hier einen freien Lauf, ja, was er halt so machen will. Und das ist jetzt nicht gerade eine schwache Karte, nur so zum Sagen. Oder? Also, jetzt habe ich wenigstens mal ein Ding, oder? Ich gebe sie mir jetzt eher auf die Hand zurück. Warte mal kurz. Naja, das stimmt, das ist die Stufenanpassung hier. So. So, mein Kleiner. Jetzt opfere ich das. Ja, ich weiß. Nein. Jetzt beschwere ich das noch spezial. Dann aktiviere ich diese Karte noch. Oh nein, ich komme immer noch nicht durch. Deshalb habe ich das hier genommen. Tada! Constella Playa des. Äh, ja. Karte nachziehen. Schön. Fast diese Karte zerstört werden würde, aber sie wird ja nicht einmal zerstört, ha? Nicht vergessen. So, dann auf die Hand zurückgegeben, was wirklich, wenn sie geht ins Extrotec zurück. Ja. Und jetzt kann ich hier schön angreifen. Ja, und jetzt kann ich hier schön angreifen. Ich will eigentlich nicht alles ausspielen, ich hätte diese nicht spielen sollen und Exid wie die Geburt spielen sollen, aber egal. Ja. Oh nein. Zerstörer, dass man sich diese Karte zerstört hat. Ich kann sie mir auch auf die Hand zurückgeben Ich muss aber danach jetzt nur kurz studieren Was ich mir dann mache Wenn ich sie ihm jetzt auf die Hand zurück gebe Müsste ich im nächsten Zug Einen Schaden hinkriegen Müsste ich jetzt nochmal irgendwie 3000 Schaden hinbringen Ich weiß gar nicht ob ich das schaffe Er kassiert eh jetzt schon Okay nein ich Er spielt eben erst danach die Karte Ich gebe sie ihm zurück auf die Hand Nein Ich schaffe es nicht Was normal oder spezialisch wenn du kannst Ich dachte jetzt vielleicht Ach so nein ich kann ja Ha stimmt Scherbe Regier Ja boah Kaum schon Ah warte mal das könnte noch sogar noch funktionieren Du kannst diese Karte ist die Wut anbieten Ach in die Verteidigungsposition Ach komm schon Oder deine Friedhof Oder deine Friedhof Ähm Es geht nicht Also ich beschwöre den wahrscheinlich Und dann werde ich noch den speziell beschwören Eben wenn sie normal beschworen wird Schade Sonst hätte ich jetzt den noch beschwören können Und dann hätte ich dann wieder Aber naja Ist ja egal Jetzt habe ich einen Spielfehler gemacht Jetzt kann ich ihm weniger Schaden machen Von der Hand Nein Ich will natürlich den Klaus Hat eh kein Material mehr Deswegen werde ich jetzt den hier holen Mhm 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 Yeah Yeah Hmmm Jetzt hätte ich ihm hin Noch 1000 Schaden mehr machen können Jetzt muss ich unbedingt Die Exig itergeb Dudekber Noch verdeckt spielen Und im nächsten Zug, wenn er mir jetzt den zerstört mit dem blöden Lichtlein da, mit dem blauen Licht Okay, jetzt macht er nicht das Ist jetzt halt durch einen Karteneffekt zerstört, aber ist ja egal Ach Gott Scheisse, es wird ja ins Deck zurück Alter Das ist echt scheisse Das ist so richtig dreckig Hatte ich ja voll vergessen Okay, ich glaube Steinzeichen war mehr oder weniger die richtige Wahl Die richtige Ich dachte am Anfang, ich verliere Das war echt so Also ich habe echt gedacht so Oh shit Jetzt habe ich verschissen Oha Hi Moin moin Da hat er mir ja schon wieder den Vortritt gelassen Okay, hat vorhin angefangen Aber trotzdem Manchmal frage ich mich schon ein bisschen Ähm Will ich hier überhaupt etwas spezialbeschwören? Nicht wirklich, oder? Friedhof will Antares Jungfrau Die ist gerade beschworen Achso, das ist das Hm, ich mache nochmal das hier Oh, Klaus Uh, Fiendish Jane Dann nehmen wir Fiendish Jane Ach, das ist ziemlich voll blöd Ich kann jetzt halt keine Spezialbeschwörung mehr machen Deshalb spiele ich Den hier verdeckt Doch, doch, das mache ich Oh nein, das ist ja nicht Stufe Oh, schade Das ist nicht Stufe 5, sondern Stufe 6 Oh, schade Ha Ha Ach, Gott Ähm Ja, was mache ich jetzt? Ah Schade, das dachte ich schon Ich kenne hier irgendwie Keine Ahnung Aber ich kann hier sicherlich zwei normal beschwören Also das heißt Ich kann den Dann kann ich mit dem den holen So Ja Nein Allerdings möchte ich Ich spiele dann den Und dann hole ich mir den wieder auf die Hand Genau Ich könnte jetzt eigentlich so angreifen und so Aber ich will eigentlich halt safe sein Ihr wisst ja, ihr kennt mich ja Weil wenn ich hier schon in die Offensive gehe Dann safe Ah, wir nehmen Nein So, aber jetzt müsste ja eigentlich der Jetzt müsste eigentlich der Effekt einspringen von dem, oder? So, wie ich das jetzt verstanden habe Dass ich den jetzt eigentlich ohne Tribute beschwören kann Ja Ja Aha Aha Ja, immer finde ich Jane So Zack Und Zack Landform Okay Ah Ey Nein Okay Weißt du was ist das Problem ist? Ich habe Klaus nicht Oh, das ist jetzt voll mies Ich habe jetzt gerade den Fall ohne Scheiß Aber Ich habe jetzt eigentlich schon ein bisschen Fehler gemacht Was das Problem ist Jetzt hätte er mir zum Beispiel das zerstören können Ja Das ist mir klar Zwei Sechser habe ich leider auch nicht Okay Armageddonrütter Ja Das war es dann Mit Vektor Ich habe gar nichts gesehen vor Schattenhorror Also Ich weiß noch nicht einmal Ob man dadurch überhaupt irgendwie so ein Deck machen könnte Aber Naja Okay Wie das Spiel meint Oder will Als nächstes käme dann dran Bronk Stone Das wäre dann die Katze da Der kenne ich nicht Das wäre dann Shark Und das wäre dann logischerweise Juma Okay Leute Ja Warte mal kurz Ich finde Ich finde Warte mal Ich finde Den auch cool Nichts drauf Gut Das war es dann wieder mit diesem Part von Yu-Gi-Oh Wir nähern uns dem Ende Liebe Freunde Bis zum nächsten Mal Bei Yu-Gi-Oh Millennium Blues Gegen Bronk Stone Tschüss zusammen Tschüss zusammen Tschüss zusammen Vielen Dank.